Willkommen bei Precision Micro, Europas größtem unabhängigen Lieferanten von ETS-Bauteilen. Nahezu alle neuen Fahrzeuge, Mobiltelefone und Computerchips nutzen Bauteile, die von Precision Micro nach strengsten Standards hergestellt wurden. Zu den bestgehüteten Geheimnissen der Fertigungsindustrie zählt die Tatsache, dass sich mit der ETS-Technik hochgenaue, identische Bauteile für Anwendungen in kleinem oder großem Maßstab herstellen lassen. Von Einzelanfertigungen bis hin zu Losen, die mehrere Millionen Teile umfassen können. Beim ETS-Verfahren wird ein fotoempfindliches Polymer auf unbehandeltes Blech aufgebracht. Anschließend wird das Blech mit UV-Licht belichtet. Dabei kommen Fotomasken als Schablonen zum Einsatz, um das Muster zu hinterlassen, das nach der Entwicklung aus dem Blech heraus geätzt werden soll. Die sich daraus ergebende Bauteilform wird dann gereinigt und vor der Auslieferung an die Endbearbeitung zur Formgebung, Oberflächenbehandlung und Inspektion geschickt. Mit einer halben Milliarde Bauteilen, die jedes Jahr aus über 1000 Tonnen Metall hergestellt werden, hat Precision Micro seine Fähigkeit zur weltweiten Bereitstellung von hervorragenden Leistungen an tausende von zufriedenen Kunden nachweislich unter Beweis gestellt. Die hochqualifizierten Ingenieure von Precision Micro sind ausgewiesene Experten in der Entwicklung revolutionärer Fertigungsverfahren, um beliebige technische Anforderungen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Verfahren zu erfüllen. Zur Klärung der Art und Weise, wie Precision Micro Ihre Anforderungen an die Bauteilfertigung erfüllen kann, senden Sie eine E-Mail an info at precisionmicro.de oder besuchen Sie die Website www.precisionmicro.de für weitere Informationen und Ansprechpartner vor Ort.